Hallo und herzlich willkommen! Heute gibt es Neuigkeiten zum Dunkelmond-Jahrmarkt. Mal abgesehen davon, dass natürlich der Dunkelmond-Jahrmarkt wieder einen Ruf-Buff gibt, zeige ich euch am Ende des Videos nochmal, ist aber noch etwas anderes neu. Man kann nämlich bei der guten Rona Grünzahn hier, und ich zeige euch das auch nochmal schnell auf der Karte, hier an dieser Stelle steht sie, mitten im, naja, Wald, mehr oder minder, und da könnt ihr etwas Neues kaufen. Was sehr interessant ist, sie verkauft nämlich für ungefähr drei Gold einen tief tintenschwarzen Trank. Okay, was ist ein tintenschwarzer Trank? Ich würde sagen, wir schauen uns den Effekt einfach mal an. Dafür habe ich mir gedacht, bewegen wir uns mal nach Surama, und ich trinke jetzt einfach mal diesen tintenschwarzen Trank, und... Das wäre eine Nacht. Sieht das nicht geil aus? Wow, oder? Also, keine Ahnung, der Effekt ist halt einfach grandios. Es ist die Nacht, wie wir sie von früher kennen, wie sie früher war, wie man sie heute nicht mehr zu sehen bekommt. Alles wurde in Dunkelheit getaucht, und... Ja. Surama, als wäre es Nacht. Sterne am Himmel, übrigens. Ja, also falls ihr irgendwie einen romantischen Spaziergang schon immer in Surama-Stadt haben wolltet, so auf diese Art und Weise, jetzt ist es möglich. Ich finde wirklich sehr, sehr cool, sehr atmosphärisch, gerade für Rollenspieler vermutlich. Ziemlich cool. Das Ding kann man auf Vorrat kaufen, benötigt nicht den Dunkelmond-Jahrmarkt, sondern man kann es kaufen, hält dann zwei Stunden, also richtig lange, und ist wie gesagt an allen Orten einsetzbar. Zum Beispiel auch hier in Dalaran, wie ihr seht, ja, überall könnt ihr ihn einsetzen, könnt das Ganze nutzen, und habt das Gefühl, als wäre es Nacht. Und wenn ich mir das so angucke, wenn ich nur nachts WoW spielen könnte, kann ich schon verstehen, wieso Blizzard sich gesagt hat, Hi, wir machen das mal optional, dass man also wirklich nicht immer das Ganze nutzen muss, sondern nur optional. Ich würde sagen, wir fliegen noch einmal in der Nacht zur verhärten Küste, einfach nur um den Effekt mal zu genießen. Ihr seht, man kann natürlich auch nicht weit gucken, weil es ist ja dunkel, ne? Ist ja ganz klar. Und da hinten sehen wir das Grabmal von Sargeras in der Entfernung. Wir werden langsam dran vorbeifliegen, und damit würde ich sagen, kommen wir zur versprochenen Information zum Ruf an der verhärten Küste. Aber zum Thema Ruf nochmal, ihr wisst ja, momentan gibt es an der verhärten Küste Rufzusammeln, und wir wollen alle diesen Ruf, damit wir fliegen können an der verhärten Insel, beziehungsweise auch verhärten Küste. Und dazu braucht man einen Rufbonus, gibt es wiederum hier am Dunkelmondjahrmarkt. Und zwar hier der Dunkelmondzylinder zum einen. Wenn ihr euch den kauft, solange der Dunkelmondjahrmarkt läuft, könnt ihr euch den aufsetzen und für eine Stunde lang 10% mehr Ruf bekommen. Anderer Weg ist, dass ihr ein bisschen Karussell fahrt. Ja, ich weiß nicht genau, ob ihr es kennt. Ihr kauft euch hier vorne bei der guten Panda-Frau ein Ticketheft, geht dann einfach hier rein, stellt euch ein bisschen aufs Karussell. Ihr müsst dafür übrigens nicht auf einem dieser Fahrgeschäfte plattnehmen. Könnt ihr aber natürlich, wenn ihr euch cooler sein wollt, ja, dann setzt ihr euch drauf. Und dann erhaltet ihr hier oben diesen Hippie-Rufbuff. Und den ebenfalls um 10%, geht bis zu einer Stunde hoch. Könnt ihr also auch so machen, wie ihr wollt. Für das eine braucht ihr halt Tokens und könnt sie mitnehmen, könnt sie immer starten, wenn ihr wollt. Für das andere eben braucht ihr nur die Spielmarken. Die könnt ihr hier verkaufen, könnt euch immer wieder draufsetzen. Ist dann halt nur zurück. Aber eigentlich kein Problem.